Aufgrund von Umzieharbeiten verzögert sich die nächste Szene um eine Minute. Aufstellung, jetzt geht sie los, unsere Polonaise. Elf? Ja? Hast du vielleicht zur Feier des Tages eine von deinen... Ja, von meinen... Original? Ja. Du meinst von den schönen Kubanerinnen? Na sicher. Nimm dir eine. So ist richtig. Feuer? Bitte. Dass sie dir schmecken. Danke. 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 Nichts, ey. Keiner glaubt mir. Weder Elle, noch Rita, noch Arnie. Wir haben alle viel mehr zu tun mit ihrem Ruhm und was auch immer. Mann, Elle, ich glaube, dass aus dem Gefängnis ausgebrochen wurde. Lukas Lugel. Luca, Lu-Lugel... Emmett! Emmett! What's up? Hallo, hört mal zu. Hallo, mach ich's vorbei. Ich habe gerade... Ich habe gerade mit Jan gesprochen. Lukas Lugel! Ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Aber, Entschuldigung. Schon schwere Not. Aber, wo ist denn Jan jetzt? Da hinten. Da wo? Jan! Ja, bitte? Jan, ich... Ich muss ja sagen... Ich hab ja... Ja? Hast du ja... Ich hab ja versucht, mir alles zu erklären, aber ich habe ja überhaupt nicht zugehört. Ich lese nicht. Also, ich muss mich entschuldigen. Ja. Entschuldigung. Und warum glaubst du mir jetzt plötzlich? Ja, er hat mir ja alles erzählt. Wie, ach, ey, glaubst du, oder was? Ich, äh... Ja, aber... Aber, Jan! Ich weiß jetzt einfach überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen. Mann, wir müssen erst mal alle zusammentrommeln. Wir treffen uns hier wieder. Hol du Rita. Rita! 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 Ich hol Hanne! Rita! Ich, Jan, du, da bist du, Jan! Sven, ja! Äh... Was ist mit dir los? Du bist ja total getrunken. Nein, will ich nicht. Wo ist Hanneker? Ey, ich stehe jetzt. Die sind ab. Was? Ja! Jan, jetzt lass uns... Nein, warte hier, warte hier, ich muss die in Ruhe. Ich, Jan! Ach, Mann, Jan! Applaus Applaus Applaus